In Australien ist hingegen alles wieder geöffnet, so als wäre nie etwas gewesen. Was nicht stimmt, denn das Land musste und muss für die wiedergewonnene Freiheit einiges in Kauf nehmen. Vielleicht haben die beiden Schulen ja dafür die ein oder andere Anregung gegeben. Anregend oder betörend, aber auch verstörend und abstoßend. Gerüche können so eine unterschiedliche Wirkung auf uns haben. Klar einvernehmlich, Schweiß riecht niemand gerne, Schwefel auch nicht. Aber ob jemand nun den Duft von Rosen als angenehm empfindet oder nicht, ist total individuell. 4711 finden zum Beispiel viele unerträglich, ich mag dieses Duftwässerchen, weil es das meiner Oma war. Und kaum rieche ich es, denke ich an sie. Ja, dieses Phänomen der Erinnerung, ausgelöst durch einen Geruch, kennen wir alle. Und davon lebt auch die Welt der Parfums. Von August 2019 bis März 2020 hat Australien die verheerendsten Brände in der Geschichte des Landes erlebt. Die Bilder haben sie sicherlich noch vor Augen. Zwar konnten vor einem Jahr die Feuer endlich unter Kontrolle gebracht werden, doch das Ausmaß der Zerstörung ist immer noch sichtbar und spürbar. Das Gesicht Australiens ist von den Verlusten gezeichnet, aber es erzählt auch vom Überleben und neuem Leben. Herzlich willkommen bei NANO. Freiheit, Normalität, was wünschen wir uns die in Deutschland auch wieder sehnlichst herbei. Doch die derzeitigen Infektionszahlen sprechen eine andere Sprache. Und genau in diesem Spannungsfeld wurden die Beschlüsse des Corona-Gipfels gefasst. Ein Spagat, den Gesundheitsminister Spahn heute so beschrieben hat. Ja, und zwar besser heute als morgen. Denn noch im März sollen alle Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule gehen können. Also auch die weiterführenden Schulen, wenn vielleicht auch vorerst im Wechselunterricht. Das hat jetzt nach der Kultusministerkonferenz die Präsidentin Britta Ernst angekündigt. Und sie hat auch gefordert, dass mit einem Digital-Pakt 2 der Bund die Länder dauerhaft in Sachen Digitalisierung und Schule unterstützen soll. Eine Schule in Karlsruhe hat nicht auf politische Entscheidungen gewartet. Sie hat schon vor Corona clever auf digital umgerüstet. Ja, der Mensch ist dem Planeten zwar einerseits der größte Feind, aber wie man sieht auch der größte Freund. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch verbunden bleiben und ab Montag wieder einschalten. Bis dahin ein schönes Wochenende. Tschüss.